So, das ist so weit. Okay, bin gleich wieder da. Okay, bin gleich wieder da. Okay, bin gleich wieder da. Ja, geht jetzt gleich auch los. Da kann jetzt, glaube ich, gerade noch eine rauchen. Okay, bin gleich wieder da. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank für dein Follow. Willkommen in Wolfsrudel. Ich bin auch sofort soweit. Das suchen können wir ja schon mal. Ankunft in Dorado. Übungen in Wolfsrudel. Ach, Übungen in Wolfsrudel. Das habe ich ja egal. Das habe ich auch ausgestellt. So, willkommen beim Team an alle, die zugeschaltet haben. Wo auch immer ihr gerade herkommt. Ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' mein Audiokommentar mal mit einbezogen, wenn das okay ist. Yay! Ich hab' 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 noch nie wirklich mit der befasst. Ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' aber auch noch mehr blessed. vos mag' ich hab' ich hab' ich hab' ich heat' dir has' dir aqui. Wow. Oh, von hinten, die Mercy, ich glaub's nicht. Oh, ich hab was gehabt. Ach komm, oh nee. Ah, schade, wir Spawn-Campers sind's. Nepal. Ist die Frage, ähm, Schrein, ist es innen, okay. Okay, danke, hast du mir meine Entscheidung abgenommen. Na, nimmt der einen Heiler oder nimmt er keinen Heiler? Ja, wenn er keinen nimmt, dann switch ich auf Heiler. Ja, war doch klar. Die Gerechtigkeit wird genüge getan. Ah, zwei Heiler. So muss das sein. Zwei Tanks, zwei DDs, zwei Heiler. Und noch ein Lucio zum Tempo-Booster, damit wir schnell drin sind. Das passt doch. Wieso zwei Heiler? Also ist nur ein Lucio und ich als Mercy, ne? Ja. Noch zusätzlich Lucio. Ja, noch zusätzlich. Oh, da war eine Ecke. Oh, da ist ein Chunklet auf jeden Fall. Wow, wow, wow. Das Schild ist down. ich habe irgendwas erledigt ich würde sagen habe ich dich im richtigen moment geboostet ok und dann ist das riskiere ich aber nicht darunter zu hinter uns muss einer weg machen das hinter uns muss einer weg machen chill ist dauernd ok der hat seine ulti für mich gezündet gut haben wir den schon mal weg seine ulti drei ging ein so was power ich habe die möchte euch mal weg gezogen und bin mal mit lucio weg ich weiß leider nicht wo du gestorben bin ich bin aus der map geflogen ich habe aus der map geschubst alles in ordnung bin auf dem weg da haben wir mitten in der luft der stört und hier die war für den ein punkt okay hauptsache ja gut der tempo boost an das ist das wichtigste jetzt na ja zumindest jetzt hier am anfang ja ich bin auch nämlich ganz durch den stecken Oh, jo. Wow. Schild ist fast down. Die Diva ist aus dem Mac raus. Die Diva ist aber noch am... ist noch da. Luchio ist down. Mini Diva ist down. Ohioioi. Rechts. Kommt ein Chunkrat. Die kommen von der Mitte. Drei Stück. Da kommen sie. Der holt nur mich, der holt nur mich. Nein, holt er nicht. Der holt keinen. Sauber. Hammer. Genshi kommt. Angeschnackt, knackst ist er. Ach komm, Reaper. Den hättest du machen können. Hinter mir. Hinter mir ist was. Die kommen über rechts. Über links. Mercy ist weg. Ich bin auch weg. Aber macht nichts. Komm nicht mehr hin. Ich habe die Mercy weggeholt. Wir haben keinen Healer mehr. sauber. Rost. Läuft. Läuft. Und ich bin auch nicht mal drin. Brechheit. Nummer Führungsrolle. Was ist denn jetzt los? Bestchen. Der Lucio kriegt auf jeden Fall für Zusammenspiel. Die Diva auch. Und der Bestchen auch. So. Willkommen in Rialto. Oh, bitte lass uns nicht diese Map spielen. Ich mag die nicht. Die ist so verwinkelt. Da ist als Reinhard kaum eine Chance. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden. Hi. Hier ist ein... Hallo. Beweg dich, du Miststück. Da ist ja noch hier Übungsgefecht. Ja, ja. Da brauche ich mich da nicht bewegen. Oh, da war ein Junkwert. Oh, da war ein Junkwert. Oh, da war ein Junkwert. Oh, oh, da war ein Junkwert. Oh. Oh. Wo ist denn unser anderer? Der ist down. Zum Glück haben wir jetzt die Übungsgematch verlassen. Oh, wir spielen schon gegen Goldspieler. Angriff Auf den Punkt ist die Frage Diva oder Reinhardt? Okay. Diva hat er schon. Japp, ich hab's gemerkt. Genau in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe. Oh, ein Tribeltank? Drei Tanks? Nee. Drei Tanks ist zu viel. Doch, mach mal ruhig. Meinst du? Ja, schaffe ich dir. Einer halt sich selber und euch beide kriege ich. Gut. Ansonsten wäre ich mir nicht auf Brigitte gegangen. Kannst aber auch, wenn du die spielen willst. Wir gucken erst mal, wie es läuft. Ach, könnte ich noch Färber spielen, würde ich diese jetzt sogar spielen. Angriff Phase beginnt in 30 Sekunden. Ich will auch. Ich will auch. Popcorn! Früchtes Popcorn! Ähm, mein Popcorn ist leer. Das ist die Frage. Gehen wir rechts rum? Durch die Mitte würde ich ungerne. Ich gehe rechts rum. Angriff beginnt. Gehen Sie Zielpunkt A ein. Wo sind die denn? Ach, da oben. Kill is down. Ach, da ist ein Junkrat. Okay, ich bin gleich down. Ei. Junkrat ist da drin. Ich muss in Deckung gehen. Oh. Ähm. Oh. Das war nicht nett. Genau in dem Moment, wo ich den Schlag aushole. Schild ist sofort down. Bastian oben hat mich sofort geholt. Der muss weg. Er ist. Die sind aber sofort auf dem Punkt. Ich habe die Mercy nicht weggekriegt. Okay, ich muss zu tief. Nee, ich habe meine Ultifas, aber die bringt mir nichts. Die bringt mir nichts. Ich muss wechseln. Ich muss wechseln. Aber nicht, wenn du Ulti vorlaust. Ach, scheiße. Das gefällt mir nicht. Er hat nur mich geholt. Er hat nur mich geholt. Gott sei Dank. Danke. Ich kann nichts machen. Schild ist down. Was? Okay. Kein... Nein. Jetzt habe ich gerade meine Ulti gezimmert. Ja, ich auch. Da haben sie mich geholt. Was machen denn unsere DDs hier? Nix. So, Chunkrat für Bestchen. Ich nehme den Punkt. Er ist noch dabei. Boah, hat er mich da rausgezogen. Ja, so wird das nix. Nee, wechseln, wenn es geht. So wird das echt nix. Ja, was soll ich wechseln? Von dem einzigen Heiler? Ah, stimmt. Au wieder. Ja, ich brauche Heilung. Dann mach mal Schaden. Dann kriegst du auch Heilung. Jetzt brauche ich erstmal Heilung. Ich habe nur noch 24. Jetzt bin ich da um. Oh, wie ich sah. Jetzt drauf auf den Punkt. Ich habe nicht geheilt. Ah, verdammt. Die Mercy ist da. Wir müssen irgendwie auf den Punkt. Bringt nix. Nein, 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 nein. Hinter mir. Nein, 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 nein. Ich bin auf den Punkt. Ich war auf den Punkt. Ich bin auf den Punkt. Keine Chance. Keine Chance. Mann, wozu hat er denn die Diva? Jetzt wechselt der. Der hätte so leicht die Leute wegnehmen können. Mann. Also ich weiß auch nicht, was ich da noch heilen soll, Alter. Der hätte dich so leicht wegnatzen können. Was ist jetzt? Bin ich jetzt, bin ich jetzt zu schlecht als Mercy oder was? Der Knaller. Ich spiele noch und so. Komm, Diva. Die können uns den Arsch retten. 6.000 Heilungen rausgehauen in 4 Minuten. Ja, ich habe den meisten Schaden rausgehauen übrigens, ne? Als Reinhard mit 1,7. Ja, ich sag ja, die DDs haben nichts gemacht. Ich frage mich, was Diva gemacht hat die ganze Zeit. Ja, oder auch Roadhog. Oh. Satz mit X. Ich warte. Ich warte. So. 1. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Mercy ist fast down. Also, was geht's? Es gab haben, was sie zuerst. Also, ich habe noch ein bisschen die Dämpfügel. Es gibt nicht ein bisschen die Dämpfügel. Das ist ja auch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen gegründelte Schaden. Ja so. Es ist ja schon ein bisschen die Dämpfügel. Aber es ist ja schon ein bisschen die Dämpfügel. Junker ist fast down. Ich habe jetzt innerhalb von den paar sekunden eliminierungen silber rausgeholt. Und das Highlight gemacht, was haben die DD-Scan gemacht vorhin? Der war auch nice. Jawoll. Unfassbar, ey. Da werde ich nur das Gegnerteam loben. Und zwar die Orisa, der Junkred war ganz gut und die Mercy fand ich auch nicht schlecht. Der Junkred war nervig, der kriegt auf jeden Fall. Die Orisa war ganz gut und wäre es mir noch aufgefallen, der Genshin... Die Mercy fand ich auch nicht schlecht. Au. Ja, man muss ja nicht jedes Mal loben. Oh, Fanny. Danke, lieber Gegner. work of all. Ich bin schon mal. Ja, dann geht es mir noch an. Dass wir das nicht unbedingt machen können. Aber was wir noch mal im Abkommen haben, was wir noch nichtznodelt haben, ganz einfach nur, aus wie ich gesagt habe. Und T, das sieht gut aus, wie ich bin, ich denke, in der Stadt nicht mehr so gut geht. So, wenn wir das nicht mehr so gut geht, Und dann geht die Frage nach vorne. Und dann geht es mir wieder auf. Und dann geht's mir einfach nicht mehr so gut. Und dann geht's mir wieder auf. Das ist mir jetzt besser. Ankunft in Ilios Übungsgefecht, okay. Unterwegs zu Wurzkaya Industrie. Unterwegs zu Wurzkaya Industrie. Unterwegs zu Wurzkaya Industrie. Unterwegs zu Wurzkaya Industrie. Nein. Jetzt immer das gleiche. ich sehe hier noch keinen wir gehen rechts rum und er spielt jetzt an so ich könnte ich bin mal auf dem punkt das match verlassen was ja weil einer rausgegangen ist jetzt wo den punkt geholt hätten dann hast du dann hast du irgendwie ein paar sekunden zeit und dann wird das abgebrochen dafür verlierst du keine anerkennung ich habe auch führungsrolle bekommen kurze pause machen wir machen definitiv eine kurze pause noch mal mit eiko keine lust ganz ehrlich dann hole ich mir mal etwas zu trinken bin auch gleich wieder da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier, das heißt, du sollst Tanzo nehmen. Ja, verdammt. Ja. Na, verlässt er jetzt? Würde es in einen wundern? Nein. Ja, gut. Nuzio wäre mir zwar lieber gewesen als ein Sen, aber ist okay. Autsch, da war ne... Was? Die war es auf den Mech raus. Oh. Und ich bin fast down. Jetzt bin ich down. Danke. Achtung, kommt einer. Nein! Das hier ist nichts. Ich bin gerade richtig miserabel. Ja. Die Tracer ist down. Zum Glück haben wir noch einen Sen. Komm. Beifuß. Beifuß. Die Tracer ist down. Das ist doch nicht das Ende. Hier ist irgendwo ne Tracer. Ja. Ich bleib auf dem Punkt. Ja. Der Beste schon muss weg. Beste schon muss weg. Ja. Ja. Achtung Tracers rennt hier irgendwo hinten rum Hinter mir Ich brauche Hilfe, danke Sauber So muss das Hier sind wir okay Ich bin am überlegen, ob ich auf Mit Diva-Wechsel Ich gucke erstmal, wie es mit Reinhardt läuft Risa ist down Komm zurück, komm zurück Hinter uns ist irgendwas Tracer Die wird mich so hassen Ich habe sie jetzt schon zweimal weggesetzt Hinter uns, hinter uns Scheiße Brauch Hilfe Mann Wo sind denn alle? Es kann doch nicht sein, dass zwei Leute auf dem Punkt sind Links rum, links rum, links rum Wo ist der Bestchen? Wo ist der Bestchen? Da Bestchen ist down Hier kommt ihr nicht los es kommt zurück oben nein nein nicht 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 ich bin auf fast wow wow nein scheiße nicht erwischt war mein Fehler sorry haltet ihr durch Bestchen kommt macht den Bestchen weg irgendwie Achtung ok hat nur den Hanzo erwischt super haben wir sehr nice führungsvolle jawohl ich entschuldige mich zum führungsspieler das war nice ach komm ja ja Mama Mama Das waren schöne Runden So muss das laufen. Äh, ist eh noch Übungsgefecht, also mach hin. So muss das laufen. So, jetzt ist die Frage, ist er noch dabei? Wie lange braucht ihr denn zum Pinkeln? Keine Ahnung. Der muss hinne machen, sonst fliegt der. Fickst du da mittlerweile so schnell raus aus dem Spiel? Wenn du länger afk bist, ja. Okay, das ist das scheiße. Ja. Das waren jetzt 2-3 Minuten? Wie lange braucht der? Ja. Ach. Vielleicht volle Blase gehabt. Er ist wieder da. Achso. Achso. Das wusste ich nicht. Achso. 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 Das ist auch scheiße. Achso. Achso. Mercy. Und Genji. Wir gehen rechts rum. 5, 4, 3, 2, 1, Angriff beginnt. Ich wollte was machen, aber hat nicht ganz geklappt. Ich werde eingefroren. Ich werde eingefroren. Ich werde eingefroren. Ich werde eingefroren. Autsch. Dir hat sie gut hochgezogen. Nein. Du bist down, ne? Ja. Das ist ja immer. Ey Leute. Wollt ihr mich verarschen? Ey. Der ist direkt vor mir. Und keiner kommt und macht den, oder was? Sehen. The Thess is good. The Thess is down! Wieso eine Wittung, danke Scheiße Nein, keine Chance Nein, 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 die Bracht hat gestoppt Was? Wow Achtung Also, ich gehe aus der Gruppe gleich raus, ganz ehrlich Mit den beiden spiele ich nicht nochmal Ja, weil sie gut gespielt haben Haben Komm rein hier, rein hier, rein hier, rein hier Bestie ist fast down Was fast down Und wieder auf den Mech raus Ja Wechsel doch mal, endlich Man Die werden hier auseinandergenommen Und ich bin wieder auf den Mech raus Das war mein Fehler, sorry Ich habe es noch probiert, ging nicht Das war's Danke Leute, danke ihr Hurensöhne Lernt mal spielen Ne Veto Mann Ist doch normal, wenn du so ein Team hast, das nur Scheiße spielt Dass man dann verliert, dass man auch es rasselt Ist mir gerade Jetzt sieht das nochmal So So Ja Ist mir ganz Ist ehrlich gesagt Ist mir das scheißegal Sollen sie alle nehmen, was sie wollen Sollen sie rausquitten Ist mir scheißegal Ich nehme gleich was anderes zu Ist ja nicht Ich war nur, bis die gegangen sind So Ja, wird unser Ist ein Spiel Ja, Regi Ist ja ein Spiel Aber wenn du so behinderte Teammates hast Die Runde davor Boah Geil gespielt haben Richtig geil Wir sind da durchgerusht Ohne Ende Hat wunderbar geklappt Und jetzt Spielen sie, als wenn sie zum allerersten Mal Overwatch spielen Denn, hallo Oh Den habe ich ein bisschen falsch gesetzt 5 4 3 2 1 Telefonkörer Das wird unsere Effizienz steigen Halten sie die Kraft auf Ich bin down Ohne Healer keine Chance Das ist die schnellste runter Nobody is perfect Ja Ah, eine Vito-Mega im Angriff spielen Wenn man es nicht kann Sollte man es lassen Das war es Könnte er knicken Ich gehe da gar nicht mehr drauf Oh 1,88 Und das war es Wenn man mit 4 Kills Bronze hat Braucht man dann für Gold Garantiert will ich mit euch Nicht in einem Team bleiben Im Gegenteil Und wenn unser Hans So schon 3 Goldmedaillen hat Soll auch was heißen Dabei hatten wir ein Bestchen wohl gemerkt Ärgerlich 2 Niederlagen aus 5 Spielen So Ähm Aus Gruppe entfernen Habe ich den richtigen entfernt? Ja Ich weiß nicht was er gespielt hat Aber warum ne Ist doch scheißig auch Jedenfalls nicht in Hand So Ich bin eine Einmal-Apokalypse Ähm Regi Der Weißbot zeigt übrigens wieder die Follower an Ach geht das endlich wieder? Ja Ich weiß nur nicht ob sie spenden oder so anzeigen Das muss ich noch irgendwie rausfinden Achso Aber das Wichtigste ist ja die Follower Oh no Ja ich habe leider keinen vernünftigen Laptop ne Hätte ich einen Laptop über den ich streamen kann Kein Problem Ja wäre bei mir genauso Aber meiner ist kaputt Ja meiner ist auch im Arsch Das heißt im Arsch Der ist halt schon ein paar Jährchen ne Ja man hat auch schon so ein paar Jahre hinterm Buckel Und der wird langsam Mh Haben wir jetzt wenigstens vernünftiges Spiel Ja ein Heiler Ist okay Bin mal gespannt wie er das schaffen will Oh Geh weg Chilled Du störst Angreifer in 30 Sekunden erwartet So Wo sind die denn? Wo rennen die denn alle rum? Einer ist da unten Einer ist da Einer ist da Ich sehe nur 3 Ah jetzt sehe ich es alle Der eine ist gleich tot Wetten Die haben auch einen Reinhard Der ein Reinhard ist down Ich komme zurück Einer ist fast down Sauber Solcher ist down Kannst du ihn wiederbeleben? Zu spät ne? Oben wird jetzt ein Reaper auftauchen irgendwo Ja Nein Wie Jetzt bin ich outdown Scheiße Wir waren zu weit vorne Auf dem Punkt Auf dem Punkt Genji Alle auf dem Punkt Beim Punkt sammeln Alle zum Punkt Egal wie Scheiße 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 Ich bin down Ja Hansu regelt Sehr schön Geh auf dem Komm auf dem Punkt Mit dir Ich bin zurück Und bereit Boah 95% Haben die Das war eng Hier sammeln Nicht da vorne Nicht schon wieder den selben Fehler machen Sagte er Und Spächt an Lucio vorbei Oben ist ein Reaper Da ungefähr Ey sammeln Leute Sammeln 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 Oh nein Sammeln Sammeln Oh Bitte Das sind doch Idioten Ich bin total langsam Genji noch Genji ist down Genji ist down Was Und Ey Das ist das wenn die Leute nicht sammeln Weißt du Kills 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 Und gut ist Keiner von dem Kriegt von mir was Ganz ehrlich Am Anfang Kann man das mal machen Ah nicht wenn die schon 95% hatten Der hat gecleared Der kriegt noch was Ja Aber Aber sonst Wir haben doch gesehen Wie knapp das war Okay die sind nur noch zu 5 Kills Kills So, ich habe 8 Kills, Silber, Zielfortschrittszeit, Gold und Schaden gegen den Helden, Silber. Und da ist der Nächste raus. Einen Push und das müssten wir haben dann. Ich hoffe, ihr seid alle bei mir, ja. Sauber. Tschüss, Mini-Di-Va. Arm war. Easy. Ähm. Der Handsuch kriegt. Das hat er echt klasse gemacht. Der Genji. Aber trotzdem. Oh, die haben mich jetzt in Kills und Schaden ein bisschen eingeholt. Jetzt bin ich nur noch Bronze da. So, wie viel haben wir denn? Oh, ich muss mich fertig machen. Äh, 12.22. Juhu. Ich muss mich jetzt. Ne, ich muss mich fertig machen, leider. Ja, so noch, ich bin jetzt, ich muss, ich habe einen Termin zum Einkaufen. Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, dann bin ich wieder da. Dann spielen wir die restlichen, auf jeden Fall vier Spiele noch. Vier muss ich ja noch. Und dann bin ich eingerankt. Apropos eingerankt. Endlich nicht. Ich will mal gucken. Äh, glaube ich nicht. Ähm, ach der, oah, der Controller ist ja im Eimer. Äh, so, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Äh, Season 4 war meine beste Season, definitiv. Da war ich, äh, dann habe ich ewig nicht mehr gespielt, aber da war ich, äh, DIA-Bereich, also mit dem Reinhardt. Ohne schlecht. Ah, nee, äh, Season 3, sorry, Season 3 war ich mit Reinhardt. Ja, Bereich, beziehungsweise Grandmaster, sorry. Also da habe ich einen Reinhardt auf Grandmaster-Niveau gespielt. Season 8 bin ich gar nicht eingerankt gewesen, glaube ich. Weiß ich gerade gar nicht. Ach doch, auf Gold. Season 7, gar nicht eingerankt, genau. Season 4, äh, Platin. Wie mache ich das denn, beziehungsweise wo? Äh. Äh. Ja, nur Freunde. Also, musst du wohl Freundschaftsanfragen machen, ne? Ist auch nur Freunde. Äh, doch. Na, wenn du ihn, er das so nach dem Motto, und er das annimmt. Ach nee, scheiße, stimmt ja. Ich hab ihn schon. Jetzt ist aber auch nur Freunde. Ich guck nochmal, so, bin nochmal zurück. Ah. Freunde und Gruppen, Karriereübersicht, äh, Karriere-Sichtbarkeit, nur Freunde. Ja, wahrscheinlich musst du das Spiel einmal schließen und neu starten, so wie immer. Deine Karriere kann ich einsehen. Hä. Na ja. Okay, ich bin da mal raus, ne? Jo. Jo, bis dann, ne. Ja.